91 unserer Schüler stehen am 4. und 5. Juli auf der Bühne. Seit Wochen wird intensiv geprobt. Wir zeigen euch Ausschnitte davon. Das Stück beginnt mit einer Audition, auf der die Tänzer um einen Job kämpfen. Dort lernen wir auch die Hauptcharaktere kennen, die uns durch den Abend führen und uns Einblicke in das Leben eines Tänzers geben. Ein Abend voller Emotionen, mit Choreografien aus Jazz, Ballett, Hip-Hop, Modern, Dancehall, Wogging, Steppen und Jazzfang. If you can still, still come on and throw your hands up, hands up. If you can't stand, stand, come on and throw your hands up, throw your hands up If you can't stand, stand, come on and throw your hands up, hands up I got a lot of music to show you You won no other way to move now If you can't stand, stand, come on and throw your hands up, hands up If you can't stand, stand, come on and throw your hands up, hands up If you can't stand, stand, come on and throw your hands up, hands up If you can't stand, stand, come on and throw your hands up, hands up Vielen Dank.